ja hallo liebe filmfreunde und filmfreaks da draußen herzlich willkommen auf meinem kanal und zu einer neuen vorstellungsrunde plus review diesmal ja also in den letzten vorstellungsrunden habe ich natürlich ein bisschen was zu dem film gesagt aber jetzt halt nicht so extrem wie es jetzt in den reviews von mir jetzt gewesen ist das möchte ich jetzt heute in dem video jetzt einfach mal ein bisschen kombinieren so ja ich habe natürlich mal wieder einen blind kauf gestartet wie soll es auch anders sein also ich habe es wirklich mit den blick köpfen das ist wirklich extrem und ja hatte mich jetzt halt für den film blattlein entschieden in diesen wirklich wunderschönen media book von nameless und das media book schauen wir uns natürlich gleich mal ein bisschen genauer an vorher möchte ich jetzt erstmal so meine meinung zu diesem film abgeben das media book kann ich dazu dass man gleich sagen ist leider überall art of print ich habe wirklich selber gesucht 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 leider nicht mehr gefunden das ist wirklich sehr sehr schade bis ich dann auf dieses verkaufsvideo von stanley's filmzimmer aufmerksam geworden bin und ich gesehen habe er wollte sich von diesem media book trennen und muss wirklich sagen einen richtigen einen wirklich top preis den er da jetzt gemacht hat und da habe ich mir so gesagt okay alles klar schlage ich zu ist zwar ein blind kauf scheiß drauf ich möchte dieses gute stück haben und ja ich muss wirklich sagen kam wirklich relativ schnell an und auch wirklich sehr sehr gut verpackt ich hatte auch so einige probleme das paket aufzukriegen aber kann man wirklich nicht sagen da merkt man halt wirklich er ist auch sammler und er weiß wie man halt das vernünftig verpackt wo ich mir dann immer so denke sollten sich mal andere mal ein gutes beispiel nehmen siehe amazon aber gut darum soll es jetzt nicht weiter gehen ja ich habe mich für den film blattlein entschieden und ich muss wirklich sagen es ist wirklich ein grandioser film also ich finde den wirklich absolut krass hätte ich so wirklich ehrlich gesagt gar nicht so erwartet im media book steht auch drin dass es so ein vergleich oder was hat eine andere art von dexter aber ich muss sagen da kann ich nichts zu sagen weil dexter die serie kenne ich leider nicht es tut mir leid ja und in der hauptrolle natürlich sean william scott den wir natürlich kennen aus american pie als steven stifler dem party hengst dem partykönig kann man da so sagen oder man kennt ihn von anderen filmen wie zb ey man wo ist mein auto oder welcome to the jungle auch alles grandiose filme also dieses comedian das hat er wirklich drauf und hier in diesem film blattlein spielt er einen komplett anderen charakter er spielt hier einen sozialarbeiter der jetzt erst vor kurzem vater geworden ist und er arbeitet als sozialarbeiter in einer high school und unterhält sich da halt mit den schülern über denen ihre probleme und erfährt natürlich dass bei allen seinen schülern die mit ihm über die probleme reden häusliche gewalt ja zu hause ist oder besagt entsteht und ja das erinnert ihnen dann halt dann so ein bisschen so an seine kindheit weil er kennt das halt natürlich auch so von dieser häuslichen gewalt und ja dann wenn er nach hause kommt schreit dann natürlich das kind wie wie man es natürlich halt auch kennt aber ja und da merkt man natürlich auch so er ist dann mit dieser situation dann langsam so ein bisschen überfordert möchte dann natürlich auch ein sehr sehr guter vater sein er möchte ein sehr sehr guter ehemann sein und er möchte natürlich auch seinen schülern helfen und ja alles ändert sich dann natürlich auch bis seine mutter dann natürlich bei ihm ins haus damit ein zieht um ihn und seine frau mit dem kind zu unterstützen und ja evan erfährt er natürlich immer mehr und mehr von seinen schülern was zu hause bei denen abgeht und ja dann entschließt er sich dann halt einfach mal ja die täter zur rede zu stellen aber auf eine gewisse auf eine gewisse andere art und weise muss man also muss man mal so klar sagen versucht er halt so ein umgekehrtes psychospielchen so zu machen sollte ich einfach so leicht zu diesen eindruck und ja was passiert was macht er natürlich mit den tätern er bringt sie alle um und das natürlich auf richtig brutalste weise die es einfach nur gibt ja das auf jeden fall wie gesagt grob dazu also ich muss ehrlich sagen ich finde den film wirklich genial von den effekten her sehr sehr gut gemacht auch die schauspielerische leistung finde ich wirklich grandios sean william scott nehme ich diese rolle als serienmörder nehme ich auf jeden fall voll komplett ab und ich muss auch sagen das ende werde ich hier definitiv nicht spoilern weiß natürlich auch einige geben könnte die den film nicht kennen diejenigen die film noch nicht kennen und sich angucken wollen schauten euch an ihr werdet auf das ende niemals kommen also ich war total total fasziniert verblüfft muss man wirklich mal so krass sagen wo ich mir dachte wow einfach nur krass ja so kommen wir jetzt mal zum media book selbst und ich muss wirklich sagen ein sehr sehr schönes stück also richtig richtig geiles teil heute hier die cover a variante es gibt insgesamt vier verschiedene cover motive ich werde jetzt euch einfach mal einblenden für mich kann die schönste die cover b variante naja ist in ordnung dann die cover c variante ja gut der retro style das ist jetzt schon mal komplett überhaupt nicht meins kann ich nicht wirklich viel mit anfangen und halt natürlich dann die cover d variante sieht jetzt auch nicht verkehrt aus aber ich muss wirklich ehrlich sagen für mich die cover a variante die ich halt hier habe einfach die schönste muss ich wirklich einfach so sagen halt alleine auch schon wegen den wegen diesen schönen blau muss ich wirklich ehrlich so sagen also es ist wirklich ein sehr sehr kräftiges blau sieht einfach nur total gehen ja aus so ich würde sagen jetzt erst mal lange genug geredet wir wechseln in die ego perspektive schauen uns dieses media book jetzt mal aus der nähe an bis gleich ja und da sind wir jetzt in der ego perspektive um uns diese schöne media book mal aus der nähe anzuschauen und ich würde sagen wir starten halt einfach mal mit der banderole sprich j card ja wir sehen hier nach oben also wird es jetzt mal scharf nameless limited media book edition ja die j card ist schon ein bisschen mitgenommen aber mein gott gibt schlimmeres so das media book hatte halt definitiv nichts voll an cut version halt hier die inhaltsangabe so könnt ihr euch mal kurz durch lesen und hier einige szenenbilder dann hier die credits limitiert das teil auf 333 stück ich habe die nummer wuchs kriege ich richtig rein 236 ja tschuldigung es blendet gerade ein bisschen so jetzt 236 und dann halt hier noch die technischen daten ja so und dann schauen wir uns jetzt mal das gute stück mal ein bisschen näher an halt hier das cover motiv kava variante wie gesagt finde ich halt wirklich sehr sehr schön gemacht sehr sehr kräftiges blau und ich muss auch sagen das bild wirklich sehr sehr scharf gemacht also wirklich kann sich richtig sehen lassen dann halt hier den 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 titel natürlich wieder mit einer schönen sportlack verzierung gemacht muss ich ehrlich sagen wirklich wieder absolut klasse von nameless und dann haben wir hier den bein hier auch wieder schön mit sportlack veredelung hier oben blue welt das logo und dvd logo und halt nameless und dann haben wir halt hier die rückseite hier muss ich ehrlich sagen ja hätte man auch immer so ein bisschen sean williams gott hier so mit einer sportlack veredelung machen können finde ich ein bisschen schade aber ja gut ist jetzt nur meckern auf hohem niveau so man sieht natürlich auch es ist wieder ein dickeres media book also halt ein premium media book und ja kann sich definitiv sehen lassen kommen wir jetzt mal zu den inneren werten hier lächelt uns gleich die blue disc an ja so krieg ich es gut rein so blende das auch nicht so krass so ja schönes motiv und dann haben wir hier die dvd auch ein schönes motiv kann sich auch sehen lassen und wie man halt natürlich erkennt hat man sich hier dafür entschieden ein komplett bild zu machen finde ich wirklich sehr sehr schön gelöst kann sich auch sehen lassen so und wenn man halt jetzt hier durchblättert sieht man natürlich auch gleich die bilder wirklich extrem scharf wirklich gute hintergrundinformationen hier im media book muss man wirklich ehrlich sagen also finde das media book wirklich richtig gut gemacht kann ich definitiv empfehlen und wenn man halt natürlich sieht es ist natürlich wieder sehr gut ausgeglichenheit vom bild und vom text her man geht ja auch noch mal so auf die einzelnen schauspieler geht man auch noch mal so ein findet man noch so ein paar zusätzliche informationen was ich auch sehr sehr schön finde und über den komponisten schrägstich regisseur kann man hier natürlich auch noch ein bisschen was nachlesen was ich ganz toll finde und ja dann sind wir hier durch und hat hier am ende auch ein was hier ein komplett motiv ergibt hat man wirklich sehr sehr gut gelöst ich bin auf jeden fall mit dem media book sehr sehr zufrieden kann man wirklich jetzt nicht meckern so das war dann das gute stück ich würde sagen wir wechseln noch mal kurz in die zurück zum hauptschirm und da komme ich jetzt mit meinem fazit und da gibt es auch die bewertung bis gleich ja liebe filmfreunde und filmfreaks da draußen das war das media book zu bloodline ich muss wirklich sagen absolut schönes teil ganz ehrlich also ich bin wirklich froh dass ich es halt für diesen wirklich sehr sehr guten preis bekommen habe und dass ich es halt in meiner sammlung hinzufügen konnte film wirklich absolut grenz genial also ich kann wirklich definitiv eine empfehlung aussprechen kann wirklich sagen schaut euch den film an ihr werdet definitiv begeistert sein es ist auf jeden fall spannung da und man möchte halt natürlich dann wissen wie es natürlich ausgeht aber wie gesagt das ende das werde ich hier definitiv nicht spoilern schaut es euch einfach an ihr werdet dann bestimmt genauso überrascht sein wie ich überrascht gewesen bin werdet ihr nicht drauf kommen so jetzt im groben und im ganzen halt jetzt wie gesagt noch meine bewertung zum film und wie gesagt ich bin halt wirklich begeistert von dem film deswegen kriegt der film von mir 8 von 10 punkte und ja wie gesagt media book kann sich definitiv auch halt sehen lassen alleine schon von den kräftigen farben her gibt natürlich jetzt so ein zwei einzelne sache wie gesagt wo ich eben angesprochen aber man hätte hier hinten auch schon mit nach spot luck veredelung arbeiten können aber das meckern auf hohem niveau vollkommen egal schreibt mir ruhig mal in die kommentare wie findet ihr das media book habt ihr jetzt so bock auf den film bekommen oder habt ihr den film schon gesehen einfach ruhig mal alles mal reinschreiben würde mich mal sehr interessieren ja ich bin dann hier durch bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns gesund und munter hoffentlich im nächsten video hier wieder und wie gesagt bleibt alle gesund bis zum nächsten mal